hallo und herzlich willkommen zurück zu entschroudet ich habe meine waffe vergessen digga warum denn schmiede einhändige waffen was denn stachelkeule was macht die denn 17 schaden ja was brauche ich dafür nägel die nägel mache ich mit metallschrott ich kann ein nagel machen ich brauche aber vier nägel also wo ich metallschrott kohlebrennochen kostet mich stein die schmiede stein metallschrott und kohle wo ich denn kohle kohle hier raus ne da kriegt heraus normalerweise okay warte ich baue dir mal den kohlebrennofen den kann hier machen okay wo ist der kohlebrennofen den baue ich dir mal hier so in die ecke ich mein den kann man ja immer noch irgendwie mit r gedrückt halten und mausrad kann man den verändern so ok kann ich jetzt hier kohle herstellen platziere in watt platziere gegenstände aus der männern da hier damit sie für die produktionsstätte verfügbar sind jaja hier kannst du produktionsprozess verfolgen die produktionsstätte stellt das ausgewählte rezept so lange her bis keine zutaten übrig sind okay gut hier kannst du zwischen rezepten wechseln okay gut wo kann ich jetzt zwischen rezepten wechseln ich will jetzt kohle herstellen was mache ich damit mache ich jetzt warte mal holzscheide darin nicht dann kohle machen ich war noch erde die habe ich ja aus versehen aus abgebaut mit da ist erde die erde auch noch mit darin kann ich jetzt kohle herstellen rezepte durchsuchen kohle auswählen ja dann mach mal kohle fünf minuten auch kohle um was war das die schmiede zu bauen stein mit kohle und holzscheide metallschrott metallschrott ist halt das ding und ich habe mich jetzt extra noch mal ausgelockt weil dann respond ja hier alles natürlich bestimmt noch mal metallschrott raus das wollte ich nicht das wollte ich wirklich nicht schäfchen so die ich da metallschrott raus blutwacht ja gut war ich doch schon nicht das kaputt schlagen kann ich wahrscheinlich noch holz raus nee nee wollte ich nicht immer schön wasser mitnehmen wasser ist das lebens elixier man kann doch glaube ich nur dreimal machen dieses mal nur zweimal ok nur holzscheide was hier drin nehm ich damit ich brauche metall 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 doch mal willst du mich veräppeln noch ein vieh denn ernst wasser jaja aber kein metall geht das besser mit dem ding das habe ich noch einen boden gemacht noch ein super holzscheide ich nehme mal das hier der schlägt alles kaputt jetzt wärmer ja ja was denn das ding ist auf jeden fall aus metall aber damit kriegt kein loot man schwert ist nur kaputt ich dein ernst nehme ich dich noch mal so war hier metall drinnen noch mal lesen wann habe ich jetzt was gekriegt war da mal metall 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 was ist das mir erstmal holz nö ein metall ein metall schrott stehe die tür aus metall ja vielleicht aber looten kann ich sie nicht aber hier im wagen liegt noch mal eine leiche auch nicht tun das ist gar nicht gut noch ein holzscheide ok was ist das denn was ist das der speer ragt immer noch aus super so hier oben war doch auch noch metall irgendwo habe ich mal kaputt nur holzscheide ja das hört sich metall an aber jetzt nicht looten nur holzscheide ich nur holz raus bei jedem nicht mal so warte mal hier war doch in der kiste ja mal jetzt nicht mehr war auch mal so zielscheiben wo man die pfeile raus ziehen konnte ja also ab jetzt mal das kaputt axt ja gut dann eben nicht noch machen nur knochen ernst ja wenn ich den kaputt schlagen gehe ich auch noch noch raus ist klar da ist das metall drin ganz sicher und nein das wird hier kein tutorial ich nehme auf wie ich spiele ohne schnette ohne alles außer dass es jemand an der tür da muss ich kurz pause machen was ist der zweimal metall schrott reicht das schon hier noch ein bett drin das ist nicht alles kaputt geschlagen das spawnt ja nach dem nächsten respawn von mir ist dass sie alles wieder da mal durch die tagebuch noch mal alte bücher gekriegt ok gut wie viele habe ich denn gebraucht der kleider richtig gut habe ich denn jetzt eisenschrott wo ist das ist erstmal das ist metallschrott 5 ok reicht das vor allen dingen reicht das für was also ich da kohle raus ja ich kann kohle raus nehmen sehr gut holzsäure und mehr brennofen ja genau ich wollte kohlebrennofen machen schmiede wollte ich machen 10 metallschrott 10 metallschrott alte bücher ich muss noch mal ein bisschen aussortieren alte bücher können hier drin glaube ich ein nicht die flamme da alte bücher wo sind die alten bücher bücher dann habe ich hier ätzend feld er noch habe ich da holzfeiler kann ich nutzen das ist hier noch mal klügelchen ihr feld muss ich auch nicht mit mir rumschleppen gar mal wenn ich das garn hier raus mach ja was ist das stein warte mal wenn ich jetzt hier an gehen und suche mir irgendwas raus wo ich garn für brauche zum beispiel gleiter bräuchte organ mit mir nicht angezeigt warum nicht mehr früher war das so dass hat das spiel auf die kisten zugegriffen hat das macht sie macht sie jetzt nicht mehr finde ich nicht gut das finde ich eine änderung die nicht nachvollziehbar ist okay wir haben gebraucht was haben wir gebraucht für die für die schmiede metallschrott jetzt mach ich mal kurz eine pause ich muss nämlich auf toilette und dann komme ich wieder bis gleich so da ist er zurück ich sollte eine waffe schmieden ok und zwar hat er hier nur schmied kohle brennen den wollte ich machen ein den wollte ich machen und da brauche ich ja als schrott leider nicht machen einhändige waffen das soll ich machen laut questbuch ne jeder brauche ich vier nägel dazu vier nägel nägel mache hier und das kriegt dann immer zwei zwei vier nägel okay dann kann ich doch jetzt diese waffe herstellen kleine truhe in der werkbank quest abgeschlossen schmiede eine waffe ist sehr gut jetzt gucken wir mal was kann denn diese waffe wo sie da 17 schaden macht elf schaden okay kann nicht aufgewertet werden aber die nehme ich mal warte mal 250 haltbarkeiten das ding 250 ist das das gleiche eine haltbarkeit herne ok ok ich weiß zwar immer noch nicht wie ich jetzt mein leben hoch weil wenn ich hier schlafe geht das gar nicht passiert nichts ich liege da und es passiert halt nichts bin in der nähe der feuerstelle schlafen wärme komfort daneben nicht so und dann brauchen noch ist also denn diese waffe sie noch nicht viel aus aber in den richtigen händen kann sie trotzdem tödlich sein ja ja gut sonst noch eine idee die unterschlupf ein vernünftige werkstatt in den ich arbeiten sonst kann ich keine rüstung für deine reise angst ist es nicht so schwierig zu bauen werkbank blöcke bauhammer papa bla 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 habe ich schmied will eine werkstatt aber ansonsten so noch zufrieden ich glaube schon schmiede metallschrott metallschrott ist halt so warte mal ich kann doch jetzt hier bei stauraum wo war das dekortiv erleben stauraum da brauche ich auch nägel sechs nägel ich glaube nicht dass das geht metallschrott habe ich noch drei ok könnte ich machen quest abgeschlossen denn der schmied will eine werkstatt wieso ist die quest abgeschlossen jetzt bleiben sie mal ganz locker ihr tagebo quest schmied will eine werkstatt was ist das letzte der bauhammer kann zum bau der werkstatt für den schmied verwendet werden sobald der bauhammer aktiv ist können die gewünschen entwürfe und material ausgewählt werden er hier hat mich das schon gemacht aber ich gehe nochmal bauhammer den habe ich hier reingetan den werde ich hier mal ausnehmen vielleicht aber wohin ich da haben wir das so so habe ich den bauhammer aber nicht unter freiem himmel ja das ist mir schon klar so die habe ich alle weggepackt ist das jetzt der wachs was weiß ich denn ich brauche metallschrott ok ok ich brauche metallschrott gehen dahin und noch mal runter stein nehme ich immer mit so taurenden elixierbrunnen ein nein das tue ich nicht ich weiß wie schwierig das ding ist so habt ihr gehört ne ich schon so wir gehen noch mal da runter die zelte stehen wir da obwohl ich die kaputt geschlagen habe warte mal war hier nicht metallschrott drin weil metallschrott ist doch was er ist doch ein bisschen was ne also leute er immer wieder auslocken und dann geht hat das geht nicht ich meine es ist trotzdem absoluter blödsinn dass ich mich ständig auslocken muss das ist ja irgendwie auch gecheatet oder aber hier holzfeiner gut ich brauchte zehn metallschrott über diesen ding ist vom schmied und ich habe jetzt dann lass mal gucken sieben okay das wird nicht reichen wir gehen herunter das war nicht hier oder ihr wartet aber ich habe doch hier oben ich kann doch momentchen ja so über die brücke gehen früher war hier meine kiste auch man ist nicht mehr da oha 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 er muss man sich früher glaube ich auch irgendwie rüber schwingen okay das ist jetzt neu was bist du oh metallschrott nehme ich doch mit so das ding hier war keine kiste doch da ist eine kiste dann gehe ich doch mal gucken dass der beim klettern so viel energie verbraucht und schwierig was da drinnen feuerstein pfeile irgendwie komme ich jetzt mit also hallo da komme ich nicht ran soll das denn dann hier nicht hoch jetzt wieder so supi was sind das für dinger kaputt schlagen und nicht dass du mich hier irgendwie da müsste es doch jetzt auch irgendwie metallschrott geben ja da wo unser metallschrott reicht das tut mir leid glaube der metallschrott reicht wirklich kaum noch leben au komm hier runter zeig dich wo sei denn ok nochmal metallschrott sehr gut dann gehen wir nochmal zurück dann bauen wir dem schmied mal sein dingens bumms ja geht es beim rückwärtigen laufen auch ja nein ja sehr gut okay stamina tanken oha oha oh jetzt wird schwierig mach ich das denn so ja genau die zwei wichtigsten sachen haben wir da gehen wir nochmal zurück und dann werde ich mal man weiß ja nie ob man gar gebrauchen kann also nehme ich das mit sehr gut schön mitnehmen das arme schaf holen das war schon angeschlagen ne das hätte eh nicht lange überlebt überlebt würde ich mal so behaupten ok 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 kann ich jetzt bei dir die schmiede bauen stein 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 steins stein 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 steine stein 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 Das war's doch, oder? Warte. Schmiede. Eisigstein. Okidoki. 45 Kohle. Kann ich das irgendwie abbrechen? Nee, ne? Okay, 45 Kohle. 45. 30 Stein. Okay, 30 Stein. Wo krieg ich den Stein her? Warte, dahinten. Nein! Keine Löcher im Boden. Bitte nicht. So. Steine habe ich jetzt. So, Stein. 23, 23, 24, 24? 26, 27, 28, 29, 30. Müsste passen, oder? 32 sogar. Super. So, du bekommst deinen Kiln. Nee, Kiln ist das Ding. Ich weiß es nicht. Äh, warte. Hier. Schmiede. Herstellen. Kein Platz im Schlott. Kein Slott. Okay. Aber, okay. Habe ich, äh, ja. Das kann, da habe ich noch irgendwas anderes. Stoffwetzen sind da nicht drin. Nee, aber ich hatte doch so, äh, Bomben gekriegt. Wo sind die denn hin? Da. Bomben. Und. Ja, was weiß ich. Er kriegt jetzt auf jeden Fall seine, äh, Dings. Schmiede. Kämpferhelm und mehr. Sehr, sehr gut. So, wo ist das Ding? Hmm. Was ist denn? Was sind die Schmiede? Da. Kommt mal auf die, was weiß ich. Da hin? Die Schmiede. Okay. Warte. Kommt dahin. Kümmere dich um den Elixierbrunnen. Ja, mach ich. Sobald ich, warte mal, herstellen, ähm, was kann ich hier herstellen? Metallplatten. Was brauche ich? Kohle und Metallschrott. Ach man, Kohle und Metallschrott. Wer hätte das gedacht? Metallschrott. Ach, Mensch. Okay, gut. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin gehabt euch gut und tschüss.